Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen bei Karo bei Merlin. Ja, ich grüße euch, ihr Lieben, und ich lade euch ganz herzlich ein zu der Tagesbotschaft heute am Freitag, den 4. August 2023. Ja, und ich nehme das Gilded Reverie Lenormand-Kartendeck von dem Karo, wollte ich schon ganz sagen, von dem Chiro Marchetti. Und ja, ich bereite die Karten einmal vor und dann schauen wir mal ganz kurz, welche Tagesenergie sich denn aus den Karten hier so ergibt. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ja, mit dem Supermond war irgendwo nichts. Ich habe leider nichts gesehen. Ich weiß ja nicht, ob es bei euch was anderes gewesen ist. Aber leider, leider nichts. Also versteifen wir uns mal auf dem Blaumond. Wie gesagt, am 31.08. in diesem Theater geht es dann weiter. Neuer Versuch, neues Glück. Ja, erstmal nochmal ganz lieben Dank an euch. Es hat mir jemand Nettes auch nochmal reingeschrieben, dass man da Interesse auch hätte an die Portal-Tage. Und ich kann euch schon sagen, ich werde jetzt nochmal ein Video machen für den 8.8. Das bitte schon mal für euch in den Kalender eintragen. Denn am 8.8. ist was ganz Besonderes. Da haben wir nämlich ein Portal-Tag und zwar das Löwen-Portal, The Lion-Portal. Sehr interessant, ganz tolle Energie. Da möchte ich ein extra Video für euch machen. Und wir schauen uns das dann natürlich auch alles gemeinsam nochmal an, ihr Lieben. So, wir wollen mal schauen, welche Energien sich denn hier so verstecken. Ja, was haben wir am Start? Die Energie, die ich hier so wahrnehme bei euch. Ihr habt ein Problem bzw. mit einem Hindernis zu kämpfen oder einer Herausforderung, weil wir haben hier den Berg. Der Berg zeigt immer Hindernisse, Herausforderungen an. Und wir haben hier auch den Baum. Der Baum steht im Gegensatz immer zum Wachstum, ja, Verbindung zur Vergangenheit. Es geht auch um die persönliche Entwicklung, auch um deine Gesundheit möglicherweise. Es kann sein, dass du hier mit deiner Gesundheit eine Herausforderung hast aktuell. Die Möglichkeit würde hier durchaus bestehen. Oder aber, dass du ein Thema aus deiner Vergangenheit momentan transformieren möchtest. Wir haben hier auch das Herz. Ich wollte gerade sagen, wir haben hier die Schwäne. Die Schwäne gibt es im Lenormand so nicht. Wir haben hier das Herz. Bei dem Herz geht es auch immer um Liebe, aber auch um Vergebung. Ja, um wohltätige Dinge. Aber hier bekomme ich wirklich rein, das Thema Versöhnung steht hier ganz deutlich an. Denn der Baum steht für Festigung, Versöhnung und wir haben hier die Lupe, die wirklich darauf hinweist, schau bitte mal genau auf etwas in deinem Leben. Da musst du jetzt deine Energie für aufbringen. Und das ist hier so die Energie, die wir hier haben. Und wir haben auch noch das Schiff. Bei dem Schiff geht es immer um Abschied nehmen. Eine gewisse Distanz zu einer Person zu überbrücken. Ja, eine Abreise. Das kann auch für Urlaube stehen, für eine Reise jemanden besuchen. Aber in dieser Konstellation mit dem Berg kann es auch wirklich sein, dass du von jemandem Abschied genommen hast. Das ist ja immer eine Tagesbotschaft. Das heißt, ich gehe jetzt hier nicht in die Tiefe mit der großen Tafel. Aber hier kann ich definitiv erkennen, dass wir hier ein Hindernis zum Wochenende haben. Ja, vielleicht geht es auch einfach darum, dass du dich mit jemandem versöhnen möchtest. Bevor du vielleicht Abschied nehmen musst, weil du auf eine Reise gehst, weil du vielleicht eine geografische Distanz überbrücken musst. Möglicherweise. Oder es ist eine Distanz zwischen euch gewesen und eine Versöhnung könnte das Ganze wieder kitten. Und der Baum ist ja wie gesagt das Thema für was festigen. Also eine Verbindung wieder bekommen. Ich möchte nochmal zum Tagesanzeiger von den ägyptischen Göttern. Da möchte ich ganz gerne nochmal eine Karte ziehen. Mal gucken, welche Karte denn jetzt hier kommt. Ja, wir haben den Gott Sobek. Union and Power. Union and Power. Mal gucken, ob ihr das so sehen könnt. Ich lege die jetzt hier mal so hin. So könnt ihr sie gar nicht sehen. Ich stecke die mal hier so hin. Geht das denn so vielleicht? Ja, also ich hoffe, ihr könnt die Karte so erkennen. Ihr Lieben, und das passt, finde ich sehr, sehr gut zu dieser aktuellen Energie von euch. Denn übersetzt Union and Power ist ja zum einen Power klar, ist Macht. Und Union ist ja etwas mit in Harmonie, in Vereinigung gehen. Ja, Vereinigung, Verbindung. Dafür steht das Ganze. Und eine Verbindung, eine Vereinigung wäre ja auch das Thema Versöhnung. Und Versöhnung ist quasi die Tagesüberschrift hier. Ja, ich wünsche euch bei dieser Versöhnung ein gutes Gelingen, ein gutes Händchen. Und dass das wirklich klappt. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Ich muss jetzt gleich nochmal arbeiten. Und werde es heute aber auch nicht ganz so lange machen, weil ich möchte natürlich am Wochenende auch noch die restlichen Sternzeichenlegungen machen. Auch den Widder. Die Jungfrau fehlt, glaube ich, noch. Und der Stier, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also die kommen jetzt auch in Kürze für euch. Und dann auch noch zügig zu dem Portaltag. Und auch nochmal zu den Portaltagen kommen demnächst auch noch neue Videos zu euch. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Start in einen neuen Tag. Und wir sehen uns. Ciao, ciao.